Musik 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 Dann lässt uns weiter Varge jagen Musik 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 Also auf der einen Seite könnten wir es halt echt noch schaffen, aber ich weiß halt nicht, wie lange ich noch wach und fit bleibe. Danke, halbe Hübsche. Ach, wieder so eine Schatzkiste. Brombieren. Nee, Jägermeisterkull habe ich nicht mehr. Aber Wasser habe ich noch. Und Zitronenlimo. Wasser und Zitronenlimo habe ich noch. Okay, jetzt erst mal wieder zurück. Nee, dafür ist das Wasser zu schade. Oh. Nee, 145 Teile habe ich leider nur. Aber die 250 hätte ich nochmal so ein Beschleunigungsding holen können. Das hätte ich machen können, ja. Ja, ich versuche es einfach. Und wenn wir es nicht schaffen, dann ist das so. Und dann schaffen wir es zumindest beim nächsten Mal. Wir sind jetzt noch 9000, die wir brauchen. Das ist völlig inakzeptabel. Da ist noch was. Ach nee, das ist was, was wir annehmen können. Okay. Okay. Ich verlange nicht viel von euch. Und jemand? Was für ein schrecklicher Tag. Noch mal 900. Was für ein schrecklicher Tag. 7000. Das sieht sich. Was für ein schrecklicher Tag. Ja, ne? Das ist für ein schrecklicher, schrecklicher Tag. Jetzt haben wir wieder nach da ganz oben, oder was? Hilft Wuppert noch einmal. Oh, was soll ich Wuppert denn diesmal helfen? Oh, was soll ich denn hier noch machen? Was soll ich denn hier noch machen? Ich will hier aber aufschließen. Und jetzt ist alles da hinten. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wäre halt einfacher, wenn man das hier halt auch schon nutzen könnte. Ich würde schon mal 700 wiedergeben, aber dafür muss ich erstmal eine Quest weitermachen. Ja, da komme ich leider ohne Quest nicht voran. Ich würde das wohl einer der letzten Quests sein. Ich würde das nehmen. Das heißt, das sind schon wieder 1.800. Ruf. 1.800 Ruf. Das klingt doch schon mal wieder ein bisschen näher. Ich glaube, dann bräuchten wir nur noch 3 Quests ungefähr. Pi mal Daumen. Das ist einfach mal so grob überschlagen. Für den Ruf. 2.800 Ruf. 2.800 Ruf. 2.800 Ruf. 2.800 Ruf. 3.000 Ruf. Was benötigt ihr? Warum belästigt ihr mich? Okay, 5.000 brauchen wir noch. Sehr gut, 5.000 bis 4.000, oder 12.000 so. Darum wird ein Schuh groß. Ich grüße euch! 2.200... 3.000 noch! Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja, 3 bis 4 Quests. Hinten einmal. Hier überall. Ich will aber jetzt einmal... Welche ist das denn? Spione und Räuber. Das ist auch eine, die ich... Warte mal. Gehen wir mal ganz kurz dahin. Was benötigt ihr? Was benötigt ihr? Ruf nochmal weiter vorne. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja, soll ich denen ja helfen? 2000... Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Bleibt einen Moment... Also eigentlich kriegen wir immer nur mehr Quests... oder weniger. Naja. Gut. Wird schon. Wird schon. Ich kann mir jetzt eine Quest, die sich halt auch mega wiederholen. Wird schon. Wird schon. Wird schon. Wie ist denn mit Relikten? Jetzt geht das schon wieder los. Etwas einfreitreicher hätten sie sein können. So kurz davor Das will ich jetzt noch schaffen Kack bin ich sowieso, aber das will ich irgendwie noch schaffen So kurz davor Die ruft noch Geh mal heilen, heil dich Geh! Kann ich da zurück machen? Reilen Wir müssen gleich auch noch die anderen Ruderboote buchen Weißt du, Pfähne? Hier sind noch mehr 8 von 10 und 7 von 10 Dann haben wir auch die alle fertig So wie gesagt, die Bettina hat dann aber direkt Jetzt wird die verschwindeln Die ist gerade nur noch so für die Für die letzten Sachen hier Gutschaffter brauchen wir noch Wenn wir hier den richtigen erfüllen Für mich Das ist ja Aber Du hast nicht gut Wir sind nicht 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 Das war's für heute. Besser. Besser. Wir sollen was nach dem Boden suchen. Ah, da. Dann haben wir hier direkt noch die Kundschaft da. Oh Mist. Und direkt noch einen angegriffen. Wir sollten jetzt eigentlich mit hinkommen. Eigentlich eigentlich. Oh Mist. Und jetzt geht's. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Noch ernsthaft? Naja. Geh dir nicht schaden. Jetzt verpiesest er sich auch noch. Okay. Ich grüße euch. Einmal. Mit dem nächsten sollten wir es haben. Juhu, wir haben es. Und wir haben gleichzeitig Stufe 40 noch erreicht. Was kann ich für euch tun? Bleibt einen Moment. Ah, okay. Später reisen. Das möchte ich jetzt tatsächlich nicht mehr machen. Jetzt keine Instanz mehr. Äh. Hühn des Königs. Ja, gehen wir da einmal ganz kurz zurück. Jetzt will ich mir nämlich nur einmal das Pferdchen holen. Oder was auch immer wir kriegen. Jetzt kriegen wir aber nicht hier. Was kann ich für euch tun? Stylemeister. Auch mal da hin. Ja, wie geil. Wir sind Stufe 40. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, Mensch. Sind doch da nur noch 100 Level bis Max. Das darfst du aber auch gar nicht erzählen, ey. Ja, aber wir haben die zweite Rufstufe fertig. Also die zweite Rufdingens hier. Und die Menschen vom Bre kommen als nächstes. Das muss ich dafür nur ein paar Pataten machen. So. Was benötigt ihr? Nee, für das da war es nichts. Es tut mir leid. Nee, das da war es auch nicht. Ich weiß nicht, kriegen wir das Fett da. Geschätztes Dunkelfluss, was? Das wird es wohl sein, hä? Okay. Dann mal gucken. Okay. Mein Stall. Was für ein Stall. Man merkt, ich habe keine Ahnung, ne? Äh. Na ja, ist das Fettchen. Ist auch schön, aber nicht so schön wie das andere. Wie ganz nur süß. Aber was? Die brauchen keinen Stall. Die stehen einfach draußen. Die stehen draußen unter freiem Himmel. Wie viel haben wir jetzt? 15. 15 Pferdchen haben wir. Es nimmt vor, Mann. Würde ich sagen. Mit Pferdchen haben wir 10. Finde ich aber auch mal zufrieden. Ich glaube, es war das. Ja. Ja, doch. Doch. Ich kann damit zufrieden sein. Denk ich. Ich habe auf dem aktuellen Stall nur etwa 60% der Pferde. Das ist aber auch schon viel. Ich wäre froh, wenn ich 60 hätte. Also 60%. Das ist hier ein kleiner Bruchteil. Ein Bruchteil von dem, was es gibt. Aber ich bin trotzdem. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe mehr Pferde, als ich anfangs gedacht hätte. So. Gut. Dann. Machen wir beim nächsten Mal. Es könnte sein, dass ich sogar morgen schon, dass ich morgen weitermache. Mit 54 von 231. Ist doch gut. Ist doch gut, oder nicht? Ich hätte auch gern. Ich hätte auch gern. Zumindest 100. Mit 100 wäre ich schon zufrieden. Vorerst. Nee, aber wir machen, denke ich mal, morgen. Eventuell morgen. Äh. Hier weiter. Gehen dann mal die kompletten Quister mal wieder durch. Wenn das ein bisschen leerer wird. 31 von 43 ist etwas. Ich will schon länger. Seit wann spielst du denn? Seit der ersten Stunde, oder? Seit 5, 6, 7 Jahren. Ich weiß gar nicht. Ich glaube ich, das allererste Mal habe ich ja 2014, 2015 angefangen. Aber auf einem anderen Account. Und dann seit Anfang des Jahres jetzt wieder. Und aktiv erst seit 2 Monaten. Januar 2008. Also fast seit Anfang an. Ich habe damals nur die Werbung von Notruher gesehen. Und ich wollte es damals unbedingt spielen. Aber ich war zu jung. 2008 ging ich gerade mal in die 6. Klasse. Da kam ich von der 5. Von der 5. In die 6. Klasse gerade. Da durfte ich noch nicht zocken. Zumindest nicht. Es gibt keine Online-Games. Ich lukte das einmal alles aus. Und damit wir morgen da weitermachen können. Nee, ist einfach. Einfach so. Ziel ist erreicht für heute. Ich meine, wir haben 40 erreicht. Wir haben hier Matom und Hüte Aluminas fertig. Morgen vielleicht Bré. Vielleicht machen wir morgen Bré fertig. Und die anderen da mal gucken. Das dauert hier noch. Verbündeter, Verbündeter, Bekannte. Neutral. Das dauert. Das dauert. Schauen wir mal. Okay. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020